Welche Auswirkungen hat Schwangerschaftsdiabetes auf das Baby? Schwangerschaftsdiabetes ist ein Problem während der Schwangerschaft, das negative Auswirkungen auf Mutter und Kind haben kann. Zu den Auswirkungen von Schwangerschaftsdiabetes auf das Baby zählen hohes Geburtsgewicht, Hypoglykämie und möglicherweise Totgeburten. Eine sorgfältige Überwachung des Blutzuckers der Mutter kann in der Regel die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein Gestationsdiabetes das Baby beeinträchtigt, und die meisten Frauen, die an dieser Art von Diabetes leiden, bringen gesunde Babys zur Welt. Frauen mit Gestationsdiabetes haben in der Regel bereits nach Diagnosestellung Hochrisikoschwangerschaften, und normalerweise tun Ärzte alles, um sicherzustellen, dass der Rest der Schwangerschaft, Wehen und Entbindung so reibungslos wie möglich verläuft. Die häufigste Auswirkung von Schwangerschaftsdiabetes auf das Baby ist das große Geburtsgewicht. Babys, die von Frauen mit dieser Art von Diabetes geboren wurden, wiegen bei der Geburt in der Regel mindestens 4 kg. Dies ist auf die überschüssigen Blutzuckerwerte im Muttersystem zurückzuführen, von denen der Überschuss direkt an den Fötus geht, wodurch er viel größer wird als normal. Die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen während der Entbindung ist größer, wenn Babys sehr groß sind, und in vielen Fällen muss ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Obwohl Kaiserschnitte als sicher gelten, gelten sie für Mutter und Kind als riskanter als eine vaginale Entbindung. Eine weitere mögliche Komplikation, die sich aus einem Schwangerschaftsdiabetes ergeben kann, ist eine Hypoglykämie beim Baby. Hypoglykämie ist etwas, das auftritt, wenn der Blutzuckerspiegel einer Person zu niedrig absinkt und der Blutzuckerspiegel gefährlich niedrig wird. Dies kann zu Schock führen. Babys, die von Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes geboren werden, haben sich normalerweise an die höheren Blutzuckerspiegel ihrer Mütter gewöhnt, und diese Werte sinken dramatisch, sobald diese Babys geboren werden. Dies kann dazu führen, dass ein Baby eine Hypoglykämie entwickelt. Obwohl Hypoglykämie bei Neugeborenen typischerweise vorübergehend ist und normalerweise verschwindet, sobald ein Baby seinen ersten Geschmack an Milch oder Muttermilch hat, ist in den ersten Tagen noch eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Die Auswirkungen von Schwangerschaftsdiabetes auf das Baby sind sehr selten schwerwiegend genug, um Totgeburten auszulösen, aber sie treten gelegentlich auf. Ein hoher Blutzuckerspiegel im Körper der Mutter kann Schäden an ihren Blutgefäßen verursachen, die zu einem verminderten Sauerstoffgehalt führen können. Babys, die im Mutterleib nicht genug Sauerstoff bekommen, können totgeboren werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies auftritt, ist gering, solange die Mutter versucht, auf sich selbst zu achten und ihren Diabetes richtig zu behandeln, während sie schwanger ist. Einige Leute glauben fälschlicherweise, dass ein Baby, das von einer Mutter mit Schwangerschaftsdiabetes geboren wurde, mit Diabetes geboren wird, dies tritt jedoch normalerweise nicht auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, das von einer Mutter mit einem Gestationsdiabetes geboren wurde, etwas mehr erkrankt, ist im Erwachsenenalter etwas größer als bei Babys, die von Müttern ohne Schwangerschaftsdiabetes geboren wurden. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Trotz der Risiken bringen die meisten Frauen mit Gestationsdiabetes vollkommen gesunde Babys zur Welt und können ihr Risiko schwerwiegender Komplikationen erheblich reduzieren, indem sie den Blutzuckerspiegel sorgfältig überwachen und während der Erwartung angemessen essen.